Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Herbude. Oder wie ihr vielleicht seht, habe ich mich umbenannt an meinem Minecraft-Skin. Ich heiße jetzt SlimePvpYouTube. Willkommen zu einer neuen Funny Marder-Folge, zusammen mit dem echten SlimePvp. Hi! Oh, nee. Was? Hä, wo bist du hin? Hä? Mal ernst, wo bist du hin? Und geh mal eine Runde. Ich habe acht Leben. Ich habe wieder die Tischtennisplatte zu machen. Was für Tischtennisplatte? Die Tischtennisplatte. Okay, du bist das. Die ist die ganze Zeit gespawnt und wieder despawnt. Junge, ich habe keinen Bock mehr hier rumzustehen. Ah, da, da. Hui, ab in die Hölle. Ich weiß mehr, pinkes Shirt. Pinkes Shirt. Ich habe nämlich auch einen Bogen. Das sind die erschwert. Ich sehe ihn, ich bin hinter ihm. Ich habe auch, ich habe den Detektiv vor. Nein! Hast du auch nicht getroffen? Nein, ich habe dich getroffen. Junge! Ich habe auf ihn geschossen und dann habe ich dich getroffen, weil er zur Seite ist. Okay, der kickt gerade jeden. Detektiv ist tot. Mein Pferd auch. Mein Pferd auch, alter. Ich habe den Bogen. Mein Pferd ist einfach verschwunden. Ich glaube, der Mörder hat es abgestochen. Nee, wenn der da vorne war. Dann ist mein Pferd gerade despawned. Ich habe den Typen. Du hast den Elm, ich habe den Film. Ich sollte Rapper werden. Ich höre mit YouTube auf und werde Rapper. Ich werde doch auch YouTube Rapper werden. Das ist wohl leider mein letztes Video. Das habe ich auch schon in Pokémon Mystery Dungeon gesagt, als ich herausgefunden habe, dass ApoRed meine Videos guckt. Aber kacke ich drauf. Tja, das war es. Tschüss. ApoRed guckt deine Videos. Ja. Auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Ja. ApoRed ist mein größter Fan. Der kauft sich auch immer Merch von dir. Ja, weiß ich nicht. Der hat auch schon so Hörner. Der ist extra an die Norden. Der hat so Walross Stoßzähne ja immer in seinen Videos in der Kamera. Das ist mein Merch. Jeder kennt es. Aber das ist zum Selbstpflücken. Ich verstehe. Hä? Hä? Ich habe doch geschossen. Aber eher vor dir. Boah, Junge. Ich habe 8 und 7. Zwischendurch war mal da zwar schon auf 15. Aber ich bin es ja trotzdem die ganze Zeit nicht geworden. Ich liebe diesen Modus. Ich bin gespannt. Wir haben die Hälfte durch. Und du pfeifst wie ein Stück Scheiße. Ich sage dir, du pfeifst wie ein Stück Scheiße. Und ich bin stolz. Ja, ich bin hässlich und ich bin lolz. Ich bin holz. Komm, fang mich auf. Ich bin hässlich und ich bin lolz. Und ich 돼. Und ich mach das mal denen... Und ich bin outsetä soon. Lola! Der Detective ist tot? Was? Okay. Ja, weißt du noch? Wir haben ja mal Heal-Frighted-List-Karen-Frighted-List-Behandling. Das hab ich mir vor kurzem mal wieder angeguckt. Das war so geil. Das war richtig Trash eigentlich. Ja, und jetzt lass mal das bald wieder machen. Aber halt nur wir zu zweit. Nichts gegen Jan oder Leander. Discriminated. Das ist halt ein Projekt von uns. Weil mein Projekt kaputt geht. Net war eins. Ich bin gleich beim Detective Bro und ich hab selbst einen. Okay, habt ihr den Detective Bogen? Nice. Wo lag der überhaupt? Ich hab den nicht gefunden. Der lag eigentlich relativ offen. Ja, aber ich mein jetzt den allgemeinen Bereich. Stimmt, ich hätte auf die Karte gucken können. Im unteren Teil. Unterer Teil. Ja, das kommt drauf. Ach stimmt, das ist ein Berg. Da kann man unten schon einfach sagen. Ja, okay. Hier sind gerade alle. Alle? Alle tot, oder? Alle. Achso. Achso, das sind alle Spieler. Ich dachte da sind alle. Ja, in der Mitte. Ich dachte alle, die da wären wären tot. Ich bin gerade in der Mitte. So, ich dachte schon. Ja stimmt, so viele sind ja noch gar nicht tot. Oh Gott, da geht jemand auf mich zu. Echt? Da geht jemand auf mich zu. Wo? Okay, er geht weg. Los. Das war die. Ich hab gleich auch einen Bogen. Ja, Luke. In die Wohnung. Hast du dem noch irgendwas anzumerken, oder? Ja. Was denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht intellektuell beim Scheißen bist. Was? Du hast mal eine hässliche Fratze an, Alter. Oha. Schau, Alter. Sterb, sterb. Warum haben die keine Hemm? Geh zum Bogen, du Fotze. Ich kann mein Schwert übrigens wieder nicht werfen, will ich mal anmerken. Das ist geil. Nein! Du bist so blöd. Nein, was macht die Alte denn hier? Sie fährt einfach, sie hat Bock. Nein! Ich kann gerade sogar werfen. Ach, nur noch sie. Ja. Geil. Jetzt kann ich wieder nicht werfen. Wer ist hier ein Pro? Gehen, geht's nicht. Oh, ey. Wir werden hier ja direkt um die Ecke verkaufen. Okay, ich war auf dem Messer. Äh, ja, ähm, 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 ähm. Cool, der Typ ist neben mir. Ich bin, glaube ich, tot. Ja. Sechs. Komm, komm. Nein, der Crafting Table. Ich hab dir vertraut. Oh, guck mal, da ist er. Hallo. Hallo, die Händchen. Darf ich bitte Suizid begehen? Ich bin auf dem See. Ich bin auf dem See. Ich bin Teilzeitbrüllappe. Okay. Das sagt jetzt alles. Eventuell Mörder ist. Oh, oh, das war ein Noobfehler vom Mörder. Komm, töte ihn. Nein. Scheiß doch nicht so laut. Ja. Nein. Ja. Junge, ich will die Statue. Die ist so witzlos, dass sie schon wieder witzig ist. Das hat ein Gesicht hier. Wow, so eine Besonderheit. Junge, das hält sich gerade halt echt an, als wäre es so was Besonderes. Hä, der hat ein Gesicht. Ja, er ist ja auch was Besonderes. Ich meine, der hat ein Gesicht. Wer kann das heutzutage noch von sich behaupten? Ja, gell? Trump messet die alle ab. Was? Was? Die hängt jemand an die Wand von sich. Der hackt Trump, hackt in Minecraft. Ja, da hat jemand einen Bogen, warte, der schießt. Ich hab auch einen Bogen. Ja, er hat's verkauft. Ja, ich seh den Mörder nicht. Snip ihn! War klar. Ja, war auch echt klar. Ich hab leider keine Karte mehr, um zu gucken, wo der wohnen ist. Ich weiß, wo der ist, aber das bringt mir nix. Du musst es versuchen. Der Typ wartet da und... Okay. Nein, scheiße. Sind du da? Nein, noch nicht. Ich bin einer der letzten beiden. Na, der andere kämpft. Ich seh den anderen. Der Typ versucht, mich abzuwerten. Abzuwerten, der Mare. Der kommt unten rein. Echt? Hinter dir. Er ist auf dem Dach schon. Er ist hinter dir. Er wirft. Oh, du bist fast genau ans Messer reingelaufen. Der kriegt mich hundertprozentig dran. Ja, er ist hängen geblieben. Jetzt rechts. Warte, nein, jetzt lauf links. Der will dir den Weg abschneiden. Alter, es leben nur noch zwei und ich renne hier nur. Der geht dir da nach... Nee, der hat dich aus den Augen verloren. Aber chill kurz da. Nein, der kommt, glaube ich, in deine Richtung. Echt? Jetzt? Wo ist er? Ich weiß nicht mehr, wo du... Ja, da ist er. Und ich bin... Ja, du bist low. Ich weiß, aber ich habe wenig Leben. Ich versuche jetzt eine Challenge. Gleich wird jemand hier das öffnen. Und ich versuche, dann im letzten Moment runterzuspringen. Gut, bist du tot? Gut, nächste Runde. Jetzt ist doch, wie wir jetzt gewonnen haben. Pfff. Ey, ich glaube, ich weiß, wer mal war. Ja, neben mir ist nämlich noch einer runtergefallen. So. Ab in die Tiefen des Weltalls, meine Kameraden. Ihr müsst euch das mal im Real Life vorstellen. Aber ihr wisst ja nicht mehr aus. Ihr wisst, dass ich hässlich bin. Das reicht. Okay. So, ich verstecke mich jetzt einfach diese Runde. Du auch? Ja, ich habe diesen einen Geheimgang hinter einem Bild genommen. Und hier warte ich jetzt. Ich schneide das wieder schön in eine Timelapse wie letztes Mal. Wir müssen... ODoch. ODoch. ODoch.